Musik Wir spielen hier und jetzt. Im Gegensatz zum Radio haben wir einen Hauch von Exklusivität. Na ja, man fragt mich solche Fragen. Wie kannst du, wenn du dort gespielt hast, jetzt noch spielen? Das ist ein Unsinn, nicht wahr? Ja, Edelhard hat so viel kaputt gemacht, aber Musik ist nicht kaputt zu machen. Ich habe das immer in meinem Kopf und ich kriege das einfach nicht mehr los. Dass so etwas, was man erlebt hat, solche schlimmen Dinge und auch manchmal auch gute Dinge, die kann man doch nicht vergessen. Die muss man immer mit sich tragen. Und das ist das, was bei mir der Fall ist. Musik 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 Musik